So, hallo, willkommen zu diesem Steckbrief. Jetzt gibt es wieder einen neuen Steckbrief von diesem Mäuschen hier. Das ist Andor. Komm mal her, setz dich mal hier her, Andor. Halt mal ein bisschen still. Ja, also Andor ist schwarz-weiß, also genauer gesagt Black Tan Pibald. Ja, komm mal her, zeig mal hier am Bauch etwas braun auch mit dabei. Kann man jetzt nicht so gut sehen. Ich denke mal, ihr habt das schon gesehen ungefähr. Hier, ja, Andor. Andor, das heißt der Männliche. Er ist natürlich männlich und soll kastriert werden. Andor ist acht Wochen etwa alt. Ja, geboren am 25. April 2020. Also, von seinem Vater blende ich euch jetzt ein Foto ein. Ich habe Fotos zukommen lassen, bekommen, über ein paar Ecken, indirekt von der Züchterin. Und hier ein Foto von seiner Mutter. Und jetzt noch ein Foto, als seine Mutter schwanger war. Das hier ist er und seine Geschwister mit sieben Tagen. Ja, alles Weibchen bis auf den gelblichen. Den habe ich nicht, die anderen habe ich. So, hier noch ein Foto von seinem Bruder, den die Züchterin wohl selbst behalten hat. So, Andor. Äh, gekauft ist er am 10. Juni zusammen mit seinen Geschwistern. Und er kommt aus Neugersdorf. Und er wog, als ich ihn gewogen habe, vor einigen Tagen, 25 Gramm. Und nimmt natürlich noch zu. Ja, also das war's mit dem Video. Und wir sehen uns dann natürlich gern beim nächsten Steckbrief von seinen Schwestern. Tschüss.